Wenn jemand jetzt was essen oder trinken möchte, dann am besten jetzt. Hey Leute, ich bin's wieder, Nina und wir sind heute in der Küche vom CVM. Wir drehen hier heute nachträglich noch ein paar Songs. Wir zeigen euch das einfach ein bisschen, ich glaub das ist ganz lustig oder auch nicht. Ich mein, müsst ihr entscheiden. Wir fanden es lustig. Wir gehen jetzt an der Treppe runter und gucken, dass sie nicht ab die Fresse fliegt. Weil dann hat er direkt wieder eine Farbe, das checkt er dann nicht. Anne gibt Anweisungen. Das ist Laura. Laura ist neu bei uns. Sag Hallo Laura. Hallo Laura. Ja. Wow. Komm, wir sind großen. Wir sind geil. Jetzt. Oh Gott, das war die Kamera scheiße. Jetzt müssen wir irgendeinen scheiß sein, damit das auch unbedingt ins Video kommt, weil wir so cool sind. Und da ist Chris. Chris war gerade kacken. Läuft. Ihr seht, wir haben hier nur bekloppte Menschen, aber es ist schon lustig. Ich kann gerade Chris' Handy schätzen. Wie alt die sind? Wie alt die sind? Wie alt sagten das dann die? Wie du bist? 18. Oh krass. Ich will auch mal. Ich will auch mal. Ich will auch mal. Sag mal. 21. Mit Brille 21. Siegt man das? Siegt man das? Nein, man sieht es nicht. Schade. Ich war eben 40. 24.